WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Hallo, guten Morgen allerseits. Es ist jetzt 8 Uhr, ich bin in Walterschweil. Ich bin also bereits 40 Minuten von Geroldsweil auf Walterschweil bei Wohle gefahren. Zu einem relativ langen Tag. Zusammen mit einem guten Kollegen, Daniel Böhrli. Und den sehen wir später noch an. Wir fahren zusammen auf Lausanne an einem Open Door Day. Was das ist, erklärt er vielleicht später nochmal. Also, bis dann. Jetzt kannst du einen Sack. Genau, zwei alte Säcke auf Reisen. Ja, das ist er jetzt, Daniel Böhrli. Genau. Ich bin in Walterschweil zugestiegen und wir machen uns jetzt auf den langen Weg nach. Walterschweil, Mohrenköpfe. Hey, Mohrenköpfe, die besten, die es gibt. Du kennst ihn? Ehrlich? Gut. Über das Thema Mohrenköpfe diskutieren wir später noch. Genau. Wir sind jetzt in Lausanne unter Dessa Akko und sitzen hier im eleganten Bus. Wir sind jetzt live im Bus. Stolz, wieder alles vergessen. Elektronisch top ausgerüstet, aber Batterie geladen, nein. Hier hinten hat es dann Platz für weitere Gäste, die aus dem Grüezi-Land kommen. Wir sind jetzt hier in Lausanne. Ich bin ein bisschen irritiert, weil unsere Reiseführerin italienisch spricht. Je comprends pas l'italien. Also gut. Das wäre jetzt der Anfang der Open Days. Und ich bin gespannt, wo es hingeht. Bis später. ... ... Ja, das geht nicht voll. Willkommen! Untertitelung. BR 2018 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 Musik San Andreas a l'occasion de l'attribution des Jeux Olympiques Et puis nous essayons, nous fêtons encore revenir pour le faire Enfin nous fêtons encore un prix Nobel de chimie Et les humoristes ont un peu rigolé parce que comme ils le disent on mène l'âge Et on a quelque chose d'assez spécial ce soir L'Orchestre de Chambre de Lausanne, encore de la musique fait la fête de ces festivités de ces 75 ans et va le jouer à partir de 21 heures «Coules, c'est parti » «Achou, c'est parti » «C'est parti » Wir waren hier am 1, in Gunzga. Wir haben jetzt so 13 Stunden hinter uns. Lausanne war ein ganz toller Tag. Tolle Hotels gesehen, viele Hotels gesehen. Ein Aquarium haben wir noch gesehen. Fischli, Fischli, ohne Ende. Fischli haben wir gesehen. Süßwasserfisch. Und im Club waren wir auch noch. Und Diamanten haben wir auch fast gewonnen. Und Flying Dinner. Und Flying Pickets. Ah nein, wie sind die, die die gesungen haben? Das haben wir auch gehabt. Eine gute Jazzband, die niemand herausgefunden hat, dass sie oder was sie spielen. Genau. Aber sie hat Musik gemacht. Spannend war es. Und jetzt sind wir schon fast zu Hause. Wir stehen, wie gesagt, in Gunzga. Wir haben jetzt einen Liter Kaffee hinter uns. Und fahren jetzt Richtung Walterschwil. Für alle, die nicht wissen, wo Walterschwil ist, da steht... Der Dupler, der Dupler, Mohrenkopf. Und der heisst bis ans Lebensende. Mohrenkopf. Egal, was irgendwelche Ethikkommissionen für Bruns auslösen. Mohrenkopf. Und jetzt stellen wir die verdammten Kisten ab. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.